Es ist eigentlich alles möglich. Die Hocker haben sich durch einen Selbstversuch ergeben. Wir suchten, also meine Frau und ich, suchten für unsere Wohnung individuelle Hocker und haben dann feststellen müssen, dass wir, nachdem wir auf einigen, ja fast Hunderten gesessen haben, dass das uns nicht, also befriedigt im Sinne von Qualitäten und vielleicht auch Aussehen. Es ist eigentlich alles möglich, aber dieses Konzept, was ich hier gemacht habe, basiert einfach auf meiner Liebe für Geometrie und für geometrische Formen. Ich habe praktisch einen Würfel genommen, einen Quadrat, einen Quader und habe daraus dann ein Projekt gemacht. Also auf dem Quader kann ich sitzen, ich kann den Quader verändern, ich habe ein bestimmtes Format, was ich durchaus verlasse, weil einfach der Kunde individueller diese Sache noch sieht als ich. So entwickeln sich dann eben halt auch Sitzpanels, die auch alle quadratische vorhaben, oder Bänke, die zweimal ein Quadrat beinhalten. Ja, und das ist dann so der Punkt, an dem man dann anfängt, individuell auch Qualitäten zu verbauen. Das heißt, meine Freunde sichern meine Qualitäten, die ich anbiete, einfach ab, weil das Meister ihres Fachs sind und die helfen mir hier entsprechend Design und so weiter aufzubauen. Hocker-Produktion läuft wie folgt. Sie brauchen einfach nur entweder hier in den Hockerladen München zu kommen und dann können Sie sich mit mir unterhalten und individuell dann Ihren Hocker anfertigen lassen oder Sie gehen einfach in den Onlineshop derhocker.de und schauen sich da schon einmal an, was die Firma derhocker.de anbieten kann. Also das, was ich später dann auch umsetze wiederum. Es sind alles individuelle Sachen und vor allen Dingen, es ist keine große Serienfertigung. Es laufen dann so Serien, zwei bis zehn Stück schon mal. Also ein Hocker wird vollermaßen produziert bzw. gefertigt. Hier drin ist ein Holzkorpus. Dieser Holzkorpus wird dann mit Schaum unmantelt und die Qualität dieses Hockers macht aus, der obere Sitzschaum, weil der obere Sitzschaum ist eine so hohe Schaumqualität, die sich auch bei längerer Benutzung wieder aufbaut. Das heißt, Sie bekommen hier, während Sie sich darauf hinsetzen, also keine Sitzspiegel mit der Zeit, sondern die treten das viel später auf als bei Mitbewerbern zum Beispiel. Dann wird ausgesucht, welcher Stoff im Grunde genommen zu so einem Projekt passt oder eben halt der Kunde kommt mit seinem Stoff an, weil er schon anhand dieser kubistischen, puristischen und emotionalen Ausrichtung weiß, welcher Stoff zu seiner Einrichtung passt. Oder eben halt, ich zeige ihm die ganzen Stoffe, die wir haben und gebe ihm dann die Möglichkeit auszuwählen, den Hocker in die passende Aussage zu bringen für seine Wohnung. Also Lieferzeiten sind im Schnitt 14 Tage, je nachdem wie individuell das wird. Es gibt individuelle Aufträge, die wir durchgeführt haben, da brauchten wir vier Wochen für, weil das schon ein bisschen komplizierter dann war. Summer Night's Dream, it's fantastic, it's very Shakespearean, you know, the location, you know, when they call you and they say, do you want to play in the Olympic Stadium, you don't say no.